Eine Waisenpatenschaft ist etwas sehr Besonderes. Islamic Relief Deutschland unterstützt seit mehr als 25 Jahren Menschen in Not. Besonders bedürftig sind unsere Kinder. Sie sind unsere Zukunft und brauchen in Zeiten wie diesen, welche durch gewaltsame Auseinandersetzungen und häufige Naturkatastrophen geprägt sind, unsere Hilfe mehr denn je. Ganz besonders leiden Waisenkinder darunter. Lass uns das Leid dieser Waisenkinder gemeinsam lindern und ermögliche ihnen eine bessere Zukunft. Wir bieten dir die Möglichkeit, bedürftige Waisenkinder in über 26 Ländern zu unterstützen. Mit einer monatlichen Spende kannst auch du Waisenpatin oder Waisenpate werden. Das Besondere an einer Waisenpatenschaft bei Islamic Relief ist, dass Waisenkinder ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen müssen, sondern im Schutze ihrer Angehörigen leben können. Mit deiner Spende deckst du die Grundbedürfnisse deines Patenkindes ab. Es kann die Schule besuchen und wird mit warmen Mahlzeiten sowie Kleidung versorgt. Außerdem hilft deine Spende, die physische und mentale Gesundheit deines Patenkindes zu verbessern. Durch deine monatliche Unterstützung profitiert zudem die ganze Familie, also auch der Vormund und die Geschwister deines Patenkindes.